Krieg ich dafür einmal ein Pepe Hands, Alter, holy shit, einfach... Guck mal, ist dein Mikrofon grad in deiner Nase drin? Nee. Okay, ey, ganz kurz, einfach der Geburtstag abgesagt worden, das ist hart. Ey, von allen Bestrafungen, die einen in der 6. Klasse treffen können, ist das eine sehr harte Bestrafung. Überleg mal, die ganzen Partyhüte, die man umsonst eingekauft hat, die ganzen Partytröten, können erst nächstes Jahr benutzt werden, das ist wirklich sehr traurig. Ja, unser ganzer Keller, also am Keller waren über so Matratzen, dass man da pennen konnte und so, und dann lieg ich da so, freu mich schon so übel auf den nächsten Tag und dann kommt meine Mutter so rein und fickt mich, also... Schwierig, 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 schwierig. Ey, wie bitte? Okay. Alter. Hast du irgendwas gesagt? Hast du irgendwas gesagt? Hast du deinen Gebur? Hast du Honnen? Hast du Hinsbet? Hast du podcast über dich? Hast du auch goofy? Hast du dass du hast? pretty weit峻gers! Hast du mein Gebur?